In der Ukraine hat die Atomenergieagentur Energoatom mitgeteilt, dass das AKW Saporischia komplett abgeschaltet wurde. Bis Sonntagmorgen war noch einer der sechs Reaktoren des größten Atomkraftwerks Europas am Netz gewesen. Die Stromversorgung des seit März von russischen Truppen besetzten AKW war zwar teilweise wiederhergestellt worden, allerdings hatte die Atomaufsichtsbehörde IAEA am Freitag einen totalen Strom- und Wasserausfall gemeldet. Die Abschaltung sei der sicherste Zustand für das AKW Saporischia, erklärte Energoatom. Die Behörde forderte aber auch erneut eine entmilitarisierte Zone rund um das Atomkraftwerk.